so da sind wir wieder ich habe mir jeden wieder zurück gespielt oder vorgespielt oder was auch immer musste das noch mal von vorne machen logischerweise wenn es abspielt spielt ja richtig ab und jetzt mal weiter warte ich muss die nach unten mit ihr Du wirst nicht erfolgen. Oh, honey, du benutzt nicht deine Erinnerung. Du wirst nicht auf den Kopf. Es sieht aus, dass du das Plattformen in den nächsten Niveau kannst. Du wirst keine Schutz. In jeder Stärkung der Stärkung, du wirst du wirst. Wenn du auf dem Boden gehst, werde ich die ganze Stadt von Seoul schrauben. Na toll. Wir müssen auch ein Leben nicht rüber. Haha. Watch as I rise to the heavens, and bring Damocles down upon your city! Take them head on! I'll be no fool. Du hast bereits verloren. Meine Fortschritte sind auf den Ancestralen Tempel, als wir sprechen. Selbst wenn du mich hier stoppst, Damocles wird es mir sein. Fokus auf deinem Mission, Agent. Der Robot ist nicht sinnvoll, wenn er nicht kontrolliert. Der Robot ist nicht sinnvoll, wenn er nicht sinnvoll ist. Und die Flasen kommt. Ja, ich bin auf deinem Kopf! Oh, ich bin hier irgendwo hin. Was ist das? Oh You want to see real pain tag me in Finally Now Yes There's the control room Blast he has a shield around it Excellent I'll have a better view of your death from here I can't wait to see your old shit face I know right where their weak points are Okay So we're going to go to the ground If you go to the ground I will harrow the entire city of Seoul Augenblick Kurze Pause machen So Dann machen wir mal schnell weiter Da war etwas wichtiges zu tun So guck mal Wir können ja das Team schon aufbessern Das ist ja schön Uh Yeah Nice 000000000000000000000000000000000,000000 E00000000000000000 alles rum 次 Sew A Sew So, holen wir jetzt hier die neue hin? He's just lining those turrets up like ducks. Make me proud and have at them! Citizens of soul, see what your trust in May has wrought. Watch as those deceitful mercenaries turn the soul to sex wall against your city. So, wie soll ich da jetzt nach oben? Ha! Nein, nein, nein! Ach, fuck! Da fehlt ein Meter oder so. Ach, von hier. Ach! You will find no direction. Every safe harbor you seek, I will destroy the good soul. If you go to ground, I will harrow the entire city of Seoul until you are found. All shall answer for their disobedience to legion! For I am Babylon, the greatest mind the world has ever known! Look who's right on top! That damned wall! I will rip it out brick by brick after I defeat you! I think I finally found a back door into the TTX we can use, to get Babylon out of there. When Damocles ascends, I shall write my greatness in the sky! No more! No more! No more! Citizens of soul! You are dead! Again! You are dead! You are dead! We can't hold the TTX and retake the ancestral temple at the same time. Destroy the control room and get me, Damocles! Es ist fertig! Damocles ist nicht mehr operational! Das ging ja einfach! Okay, hier ist kein Splitter in der Nähe. Hab ich da grad ne Kiste gesehen? Na gut, dann hüpfen wir mal zurück zum Ark. Was ist ein Verzicht? Moderation? Don't be ridiculous. Life is for a living. And I have no intention of ever stopping. So, hier ist nach wie vor nichts Neues, auch wenn er das fünfmal behauptet. Ähm... Hier haben wir jetzt alles, ne? Gut, gut. Du bist zurück. Ich habe dich geschaut. Ich habe dich geschaut. Ja... Ne, warte mal. Können wir da einen anderen Skin machen? Ah! Ja... Ja... Ne, rot ist okay. Ne, mal gelb. So, dann hüpfen wir nochmal nach unten. Gucken wir mal, was hier so schönes hat. Legion Technologie. Ich habe mich gefragt, wenn ich dich wieder sehen würde. Nein. 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 Ich bin... Nein. Nein. Welche benutzen wir da? Das Ding So rum rein Uh Beobachtung, Mayhem! Die Ticket sind noch für heute wiederholfen für die Räuber von Rod Stone Direct-to-Video-Klassik, Crimefighters und Crimefighters 2 Fight Crimers. Verwärts mich für mehr Details. okay das ist das ding ich mal hier reinsetzen damit wir das auch gleichzeitig benutzt ansonsten wäre das ziemlich blöd sie hat nur eins ja er hat gar keins und sie hat auch keins na gut dann haben wir es ja schon wieder dass mich raten hier geht noch nichts alles klar dann machen wir mal im nächsten video weiter danke fürs zuschauen bis gleich